Was geht ab, meine Damen und Herren, heute hier mit einem kurzen Update-Video zum japanischen Dokkan Battle, denn wie ihr hier seht, ist nun auch SSR Vegito bzw. der zukünftige LR Vegito auch im japanischen Dokkan Battle erhältlich. Das ist quasi nun, ist das so, dass Japan und Global in Sachen Vegito auf dem gleichen Stand ist. Was heißt das? Auch im japanischen Dokkan Battle könnt ihr euch nun bis zu 21 Protara-Medaille erfahren und die ganzen Supreme Kaisons und zwei Vegitos aus dem Barbershop holen. Heißt, also Japan ist uns nicht voraus oder so, denn sie sind quasi jetzt auf demselben Stand, wie gesagt. Das sind die ganzen Informationen dazu. Vielleicht ist hier noch etwas Wichtiges oder Interessantes rauszunehmen, denn hier steht dann quasi auf Japanisch, Ihr habt das natürlich, die Übersetzung auf dem PC dann, dass man quasi eventuell, könnte man daraus rausnehmen bzw. annehmen, was dann hier drin steht, dass man eventuell mehrere Protara-Medaille brauchen wird, um ihn auf seinen LR-Status zu bringen. So ist quasi die bisschen grobe Übersetzung, was ich annehmen konnte. Also muss man aufpassen, was hier abgeht. Worauf ich hinaus will, haben viele wahrscheinlich gemeint oder gedacht, dass man die Protara-Medaille vielleicht nicht so viele braucht. Auch dazu habe ich dazugehört, aber eventuell wird es doch so sein, dass man viele Protara-Medaille in der Zukunft braucht, dass viele noch dazukommen werden und dann wahrscheinlich noch gegebenenfalls andere Medaillen. Aber anyways, vielleicht etwas Interessantes dazu quasi. Ja, sie sind dann, wie gesagt, auf demselben Stand und Leute, lasst euch hiervon nicht verwirren. Also als ich das gesehen habe, war ich kurz schockiert und ich dachte, oh mein Gott, was ist das? Aber das ist so reine, das war einfach nur wirklich verwirrend, denn das ist einfach nur die Information, dass es außerhalb von Vegito auch andere LR im Spiel gibt, die man durch Banner enthält und hier sind alle Informationen zu ihnen, wie man sie bekommt, wo man ihre Medaillen bekommt und so weiter und so fort. Warum sind es quasi diese LRs hier? Weil diese im japanischen LR-Status nicht gefeatured waren und quasi die Playerbase wahrscheinlich vielleicht nicht mal weiß, dass es sie gibt und das jetzt nach zig 80.000 Jahren war das jetzt quasi das erste In-Game, die erste In-Game-News dazu, dass es auch außerhalb von gefeaturedten LR-Karten auch nicht gefeatured gibt. Was ich damit meine ist, natürlich die LR sind nicht gefeatured, aber manche LR kamen zum ersten Mal gefeatured in einem Banner wie Broly, Bojack, Trunks und so weiter und so fort und da wusste man, okay, das sind LR. Aber bei denen hier, wenn man die gezogen hat beispielsweise, da hatte wahrscheinlich der ein oder andere keine Ahnung, was man damit anstellen soll und das ist jetzt das Refresh, sage ich mal, aber das kommt meilenweit zu spät. Naja, anyways. Ansonsten, wie gesagt, können wir ganz kurz in den Barbershop reingucken, da hat es dann die zwei Potara-Medaillen. Ja, sorry, die zwei Vegitos, die ihr euch holen könnt, wie im Global Potara-Medaillen durch die Supreme Kai-Mission, alles gleich, Leute. Die hat es nicht geändert, die sind wirklich im selben Stand wie auf Global. Hier sind die Vegitos, ich habe keine Supreme Kai-Stones, um ihn zu holen, macht nichts. Wollt ihr euch nur zeigen, dass ihr sie holen könnt. Zu Sachen Missionen, natürlich könnt ihr das hier nachschauen, einen Moment, sofern das Ganze lädt, wo ihr was bekommt, was ihr machen müsst. Aber, da hat es auch gleich natürlich eine Seite auf Dokkan-Reddit, wo die Informationen gelistet, schön auf Englisch stehen, könnt ihr gerne nachschauen, ich werde das euch gleich zeigen und den Link in die Beschreibung setzen. Falls ihr es an der Stelle vergessen, Leute, bitte erinnert mich dran, ihr wisst ihr, das läuft, danke schön. Also hier, da seht ihr, wir sind nun auf dem selben Stand wie im Global und was ich meinte ist, wenn wir mal kurz hier rüber gehen auf Dokkan-Reddit, sofern das Ganze natürlich lädt, jetzt, let's go. Ja, das Ganze hier gelistet, was ihr braucht, also im JP quasi. Das gilt auch für Global, also die Liste könnt ihr auch benutzen für Global, falls es für euch übersichtlich hier ist, aber im Global steht das auch in Englisch in der Mission dran, nur für die JP-Spiele, da könnt ihr gucken, okay, auf diesem Gebiet muss ich das und das machen, das holen, damit ich das und das bekomme, genau. Also, bis dato sind auch die JP jetzt 1, 2 Medaillen, 2 Vegitos zu holen, viele Supreme Crystones und eine Anmerkung noch für JP, wir wissen ja, das Event sollte nicht online sein, aber im Vegito-Event, im Vegito-Event von dem physischen Vegito und Agility-Vegito, das ist ein Dokkan-Event, droppt auf Stage 1 ein farmbarer Vegito für den zukünftigen LR-Vegito, heißt, da hat dann JP quasi doch einen kleinen Vorteil gegenüber uns, da ist dann die Event sogar online momentan, okay, nice, vielleicht ist das schon, nee, das sollte noch online sein, wenn ihr das Video anguckt zum Release, also, wenn ihr das Video noch vor 16 Uhr anguckt, eigentlich sollte das auch online sein, sagen wir es so, aber was wir mit sagen, weil hier auf Stage 1 droppt dieser Vegito hier, auf SA, ihr müsst ihr noch, nee, er droppt auf SSR und gibt dann 50%, aber auf U, er könnt ihr nicht bringen, er gibt dann 50% für den LR-Vegito, also verwechselt die beiden nicht, sind zwar Strength-Type, aber der hier ist quasi noch aus der Stage und ist seine farmbare erste, ihr könnt ihn als Trainingspartner benutzen, um die Super-Attack von dem SR-Vegito zu erhöhen, er gibt dann quasi 50%, genau. Anyways, Leute, das wäre es dann, wie gesagt, kurzes Update-Video zum Japanischen Look-On-Battle, da habt ihr es, wir sind im Gleichstand, wie gesagt, 1 als Medaille könnt ihr bis dato holen, verschiedene Supreme-Kaisons, viele 2-Vegitos und vergisst in Japanischen Look-On-Battle auf jeden Fall nicht, dass er eine farmbare hat, dass er eine farmbare Ulti hat, eine farmbare SA hat, sorry, das meinte ich, habe ich euch gerade aufgezeigt, wo ihr ihn holen könnt, ich hoffe, das Video hat euch demnach gefallen, wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns im nächsten Video, Peace! 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 Untertitelung des ZDF, 2020